Musik Hallöchen und willkommen zurück zu Resident Evil Zero, meine Lieben. Da ist noch was im Schrank. Ähm... Nein. Ich hab jetzt... Bin jetzt einfach mal vorgelaufen eben. Da war ja nix. Ist nix passiert. War ja nur der eine Weg hier runter. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. Und wir nehmen jetzt den Koffer mit und wir kämpfen uns zu Billy vor. Ich will das aber nicht. Nimm doch bitte den Koffer. Danke. Du Radio Koffer. Ja. Den nehmen wir jetzt mit. Und wir untersuchen den mal. Weil ich glaube, der Code... Steht da irgendwo auf dem Koffer. Hä? Wo stand der denn? Ich weiß, dass der auf dem Koffer stand. Könnte man das nicht... Nicht mal näher ran zoomen? Wo steht der Code? Ich weiß nur, dass man genau gucken musste. Weil der nicht gut zu erkennen ist. Naja, egal. Da steht's doch. Zahlen 385 in der Ecke. Wow. Äh. Echt. Und dann heißt es... Ach, Mann. Drei. Ach. Fünf. Das Schloss wurde geöffnet. Damit haben wir... ...ein Waffenset bekommen. Das heißt... Das sagt mir, dass ich schon mal nicht weiter weiß, wie es weitergeht. Ein Zubehörset mit Zielfernrohr. Die Befestigung einer Waffe für... Okay. Ich glaube, wir geben die... Becky. Das erhöht schon mal nicht die Zielgenauigkeit. Ähm. Ja, aber wo kann doch was sein, dass wir weiterkommen? Wir kämpfen uns erstmal wieder zu Billy zurück. Das heißt kämpfen. Nix passiert eigentlich. Eigentlich passiert nix. Do you have a problem, Spider? Ich hab da einen Kollegen... War ja nicht nur einer. Ich hab da keinen Plan, wie es weitergeht. Ich hab da keinen Plan, wie es weitergeht. Obwohl... Sind die nicht schon... Nee. Wie war... Okay, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Wie ich jetzt da am schnellsten hinkomme. Das muss aber schon ewig leer stehen eigentlich. Guck dich doch mal die Stühle an. Wie zerfetzt die sind. Wie die porös und brüchig das Leder geworden sind. Wenn das denn Leder ist. Wenn das denn Leder ist. Ich muss jetzt mal verlegen. Hier war ich ja schon überall. Ich hab auch schon alles abgesucht. Da ist auch schon alles. Ja, da sind wir ja gerade. Da komm ich ja nicht weiter. Das ist die Kirche. Da komm ich ja auch nicht weiter. Wie war das denn jetzt nochmal? Hier haben wir auch alles. Ja. Hm. Das ist ein bisschen doof. Wir gehen erstmal zu Billy zurück. Oder war hier irgendwo noch was? Nee, ne? Also wenn's gelb ist, ist es ein wichtiges Item. Blau ist Munition. Rotes Dings. Grün ist Heilung. Das ist auch kein wichtiges Item. Was war denn das Orangene? Okay, das sind sie. Da ist nix. Das haben wir gerade durchsucht. Ach, da sind wir doch gerade. Zug? Da gibt's nix mehr. Hm. War vielleicht in der Kirche noch irgendwas, was ich übersehen hab. Da gucken wir auch nochmal eben. Jetzt schon wieder eine düstere Musik. Aber dabei gibt es hier keine Flederbäuse mehr. Da hinten gewittert's irgendwo. Ne, hier ist der Noob Launcher. Aber den brauch ich jetzt erstmal nicht. Was war das? Ach, war ein Müllauto, was hier so piept, ey. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Entschuldigung. Oh, da haben wir ein Farbband. Sonst haben wir hier gar nix mehr. Das Dokument kann ich nicht lesen. Da ist eine alte Schreibmaschine. Wenn ich einfach... Ja, ich will aber jetzt nicht speichern. Ich will wissen, wie's weitergeht. Also an die Tür mit dem Zahlenschloss kommen wir nicht rein, weil uns ein Item fehlt dafür. Ähm, die anderen Türen sind zu. Hm, jetzt wär Claire eigentlich am besten, weil die hat einen Dietrich. Äh, chill. Die hat ja einen Dietrich. Und die kann... Äh, mit dem Dietrich Sachen öffnen. Das wär super. Das wär total super. Ich würd doch gern nochmal wissen, wo die Magnum ist. Ich weiß halt gar nicht mehr. Oh, ist alles schon zu lange her. Yo, ist okay. Mein Starship, up. Hm. Ich muss die Türen irgendwie aufkriegen. Billy guckt schon gelangweilt. Oh, wie geht das denn jetzt hier? Verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Ich muss echt überlegen. Ist der hier oben? Nö. Den müssen sie nicht drücken. Okay. Verschlossen. Wartet mal. Nö, 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 nö. Hier drin weiß ich nicht. Warte mal. Wie geht's weiter? Ich hab überhaupt keinen Plan mehr. Was muss ich mit der Egelkapsel eigentlich nochmal machen? Vielleicht hier? Nee. Was steht da eigentlich nochmal? Es scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Momentan ist das Gerät leer. Ja, dann betätige es doch. Wo hab ich echt was übersehen? Warte mal, stand da grad dicht. Das ist so hoch zum Runterspringen. Vielleicht kann ich denn... Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Freunde, ich bin echt ratlos. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. What the fuck? Da rein komme ich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Da rein und vielleicht bin ich... Ja, ja. Ja, ja. hier. Es ist zu hoch zum Runterspringen, ne? Äh, ja. Das wollte ich nicht. Das war wieder die falsche Taste. Och, Mann, ey. Ich komme nicht weiter. Ich brauche Platz. Ah, warte mal. Ich bring den erstmal unten um. Der stört mich. Wo waren jetzt Flaschen? Und den hier oben. Der geht mir auch auf den Zeiger. Wollen die nicht irgendwo Flaschen? Hm. Mysterious. So, leere Flasche mitnehmen. Ja, klar. Da ist ein Aufzug und... War hinten nicht auch ein Aufzug? Nö. Mit der Bibliothek verbunden zu sein. Warte, was? Das Objekt ist zu groß. Alter, echt jetzt? Das Objekt ist zu groß. Ey, ich komme nicht weiter. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Das regt mich so auf. Oh Mann. Ich will aber keine Tipps im Internet holen, wie das weitergeht. Warum? Warte, was? Achso. Warte, ich lege das mal hier ab. Wie soll ich, äh... Benzinkanister kombinieren mit... Warum funktioniert das nur mit Heilung? Ich nehme mal eine... Vielleicht muss ich schon so eine... Vielleicht muss ich so eine Probe von so einem... Von so einem, ähm... Dings nehmen. Weil hier oben ist ja auch einer drin. Ey, echt jetzt? Mann, hau ab! Wirf doch den Molly, Junge! Ach, come on! Weg damit, das nervt mich jetzt hier. . Hmhm... ich muss mal gucken, ob hier ein Aufzug ist, hier ist glaube ich keiner ja doch, hier ist was das mache ich jetzt noch eben, dann bin ich den Gegner da unten auch los weil der nervt mich aufs Finzesse und dann ist die Folge aber auch schon zu Ende ach ja, wenn einer weiß, wie es weitergeht, dann kann er mir ja mal einen Tipp geben aber gleicher weiß, dass die meisten nicht bis zum Ende gucken wird so ein Kommentar auch nie kommen zwei die Tür Ja. Ich stehe noch weg. Meine Treppe führt nach oben, aber sie ist eingestürzt und kann nicht genutzt werden. Ja, normalerweise steht hier was am Text oder so. Wie brauche ich einen blauen Ekel? Nein, ich rede zu einer ankommen, aber da fehlt etwas, kann es nicht genutzt werden. Ja, naja gut. Das war es dann erstmal wieder für Hochte. Na gut, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020